Wie sieht es da aus? Heute rote, gestern grün, gestern mit 26,64 Euro aus dem Handel gegangen und mit 0,7 Prozent im Minus heute bei 26,48 Euro. Da gab es ebenfalls einen Analystenkommentar, hier wird das Kursziel gesenkt von 38 auf 35 Euro. Die DZ Bank sagt aber nach wie vor, die Deutsche Bank wird hier weiterhin als ein Kauf angesehen. In diesem Sinne verabschiede ich mich nochmal.